Ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 5 Eimer Tyrox, jetzt sag deinem Schluck auf, der soll aufhören Ich, also das ist momentan nur noch verzweifelte Jahre Sag ihm, er soll aufhören Oder ich komm vorbei Und dann bin ich wieder der böse, böse Ike Ah, das nehme ich schon für den Generator Ich hab wieder Hunger Nehmen wir ganz normalen Furnace Generator Und da hab ich noch eh ne Zwei, warum hab ich noch zwei Kompresskruze Es kotzt mich an, dass Inventory-Trick nicht mehr drauf ist Äh, in der Toy kriegst du es drauf? Nein Guck mal in deine Kiste oben rechts in die Ecke Da ist kein... Äh, eine Schimpf-Maus-Trick ist drauf, sorry Weil, das kriegst du auch mit, dass deine, äh, Items in der Hand nicht nachrutschen Wenn du nicht gerade Blöcke in der Hand hast, die gesetzt, dass du mit der Mausrat klickst Ach so, hier ist noch das alte Kaste Wait, okay Ähm So, die Brücken müssen... Wunderschön Okay Tayox, äh, lernt seine weibliche Seite kennen Oh ja Oh ja Oh ne, ne, ne BILANCIER Also, für was brauchst du Diamanten? Ja, das ist ne gute Frage eigentlich Um besseres Mechscherz zu verstehen zum Beispiel Ach, langweilig Oh, das ist voll spannend und so Oh, ich hab Fehler So, dann hier So, 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 so Ach, diese, äh, schöne Vanillamop-Form Nee Ich glaub, darüber hab ich auch mal ein Video gemacht Ich baue keine richtige Vanillamop-Farm Das ist bei mir Standard bei Sky-Projekten Also, die muss minimum einmal da sein Damit man sie später wieder abreißen kann Schön Oder abbrennen Oder verschönern Und man lebt drinnen Nee, aber ich glaub, ich hab auch früher Ich glaub, äh, oh Gott Wo ich halt richtig angefangen hab, aktiv Videos zu machen Ein Video drüber gemacht Über die Vanillamop-Farm Wie man eine Mob-Farm baut Und daraus aber auch eine XP-Farm macht Boah, ich bin ein... Ich bin ein Bratfisch Ich wollte Gravel durchsieben Und was mach ich? Ich stell Sand her He, 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 he Das kenn ich irgendwo her Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert Mir auch, keine Sorge Du hast nichts Besonderes, nur ich Was? Was? Etwas Besonderes Ja, was sagt wer? Ich Da sag ich aber was dagegen Also, behandle mich anders Schlechter, als sonst Du hast Okay Kannst du gerne haben Also, ich... Apropos... Teilox Ja Du müsstest heute nochmal auf den Arzt-Server gehen Warum? Deine Wiffern Ja gut, okay, dann mach ich das nebenbei Dann... Dann mach das Das ist mir jetzt erst so eingefallen Weil ich gerade sagen wollte In der Tötigkeit Deine Wiffern Wenn ich die schlechter behandeln soll Ähhh... 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 Boah... Warte, meinst gehört noch Moin Jigs Hallo Moin Ähhh... Toni, wir sind gerade mitten in der Aufnahme Ja Hörnchen So, geil Auf dem einen... Ähhh... Auf dem einen Bildschirm Arc und auf dem anderen Minecraft Ähhh... Minecraft... Ich... Ach... Minecraft sage ich schon... Tylox Schiebst sie immer hoch in die Musik-Ecke und schreibst ins BAM-Channel, dass wir in der Aufnahme sind Joch Okay Oh Gott Ähhh... Wann mal... Hier... Verschieben nach... Ähhh... Musik-Ecke Einfach nur Maus drauf, geklickt halten und hochziehen Musik-Ecke Ne? Ja, und dann tag ihn mal im Spam-Channel an und schreib ihm, dass wir in der Aufnahme sind So... Das müsst ihr eigentlich wissen, wenn wir im Voice-Channel von einem Projekt sind Cheeks Hätte ja auch sein können, als es gerade eine Ruhrphase ist Ich und Ruhrphasen? Nö... Da kennst du nämlich schlecht Also wenn ich eben aufnehme, dann nehme ich wirklich so viel auf, wie es geht Ja, aber du hast jetzt vorhin gesagt, so... Die Sachen, so... Wiederholungssachen, wie zum Beispiel Herzefahre, würdest du nicht aufnehmen Na, da bin ich ja gerade nicht dabei Ja, aber so... Das wären wir aber trotzdem hier im Channel Ähhh... Nö, muss nicht sein, also... Die mach ich ja auf... Äh... Offscreen, das Erzefahre, das mach ich halt vormittags dann alles ganz in Ruhe Ähhhh... Geil, ich will einen Baum pflanzen, was setze ich? Gieß Läuft Bescheuert kann man ja auch nicht sein, oder? Ich hab einen Endstone Oh mein Gott, unser Ritter Kuckuckuck Tailrocks Du fragst ernsthaft, so bescheuert kann man nicht sein Ja, echt jetzt? Das sagst du? Okay Ja, gut, okay, lass mich Okay, ja, ich lass dich Ich brauch einen Crafting Tail hier oben Ähh... 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 So... Damit ich keine Mops bohnen Ne, es regnet Holz Ähh... 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 Ach, die habe ich schon geprägt, ne? Aber die ist voll geil Wie, hä? Ne, prägend? Wie geht denn die? Dafür dauert das... Dauerte sieben Stunden, bis du eine Prägung machen kannst Aber die ist voll geil, die wir waren Du kannst sie maximal, ähh... Auf deinen Namen, ähh... Ähh... Hier... Ist schon Oder warte mal... Es sind schon... Ne, es sind keine sieben Stunden rum Oder? Ne Dann kannst du sie nicht geprägt Dann kannst du sie definitiv nicht geprägt haben Weil prägen ist alle sieben Stunden, ähm... Ja doch, am Anfang hast du sie ja geprägt Ja, da tust du so auf deinen Namen irgendwie machen Es ist aber auch gleichzeitig ne Prägung schon Okay Okay, das hab ich natürlich noch nicht gewusst Ne, es steht nicht wirklich dran, aber in der Wiki steht das So... Dann hab ich gesagt... Dann hab ich gesagt... Pfff... Wo... Wo sind meine fucking Fackeln hin? Ähh... Die fucking Fackeln hin Nein, die sind jetzt nicht... Nein, das ist... Nein, nein... Ich hab die doch aus der Werkbank zu mir reingezogen Ja, nee... Na doch... Ja, nee... Doch... Ja, nee... Doch... Ja, nee... Doch... Ja, nee... Doch... Wo... Jetzt muss ich mal ganz stark überlegen... Hab ich überhaupt Fackeln hergestellt? Nein... Doch, ich hatte 27 Holzkohle... Ja, nee... Wo sind meine Fackeln hin? Ja, nee... Ne, jetzt mal ohne Scheiß... Meine Fackeln sind ernsthaft weg... Da sind sie... Ja, siehst du... Weißt du, wo sie waren? Wo? In der Kiste... Schön... Ja, und jetzt geht's los... Ich hab kein Wasser... Doch, da eins... Yay... Oh mein Gott... Ich kann gleich... Ähh... Wann mal... Ich kann jetzt schon eigentlich... Oh mein Gott... Pfff... Aber Tyrox... Soll ich dir wieder so ein wunderschönes Klo bauen... Wie bei einem anderen Sky-Projekt... Mit einem Code-Haufen dran? Nein... Warum? Müssen tust du das nicht... Nein... Na doch... Müssen muss ich doch schon... Nein... Also mindestens... Nein... Wobei, Melvin ist da... Der kriegt dieses Mal das Klo... Ja, der war jetzt noch nicht dabei... Okay? Scheeeh... Wenn du grad wieder von Toiletten sprichst, dann arg... Ich erinnere mich an die Szene von Farmer und mir... Er sitzt aufm Klo und ich drück die ganze Zeit für ihn ab... Ja... Ich hatte ja dann bei uns in der Base auch noch so ein schönes Klohäuschen gebaut. Wir haben nicht mal ein Klohäuschen gehabt. Ja, in der frischen Luft ist doch auch gut. Wird schön durchgelüftet gleich mal alles. Bloß das komische ist, in Arkt gibt es kein Klopapier. Wie hat man sich den Arsch abgewischt? Blätter. Okay. Gutes Argument. So, jetzt muss ich Gold schmelzen. Das ist das gleiche, wie warum tust du einen Arkt durch deine Klamotten scheißen? Weil ich es kann. Wie früher im Wilden Westen haben sie alle so ein Ding, was du einfach nur aufklappst hinten am Arsch. So, fuck den Setschen. F7 geht das? Ja, sehr schön. F7. Damit es ein bisschen besser wollte. Bei mir. Wenn es mit einer Mobfarm läuft, habe ich mir bald auch keine Probleme mehr, weil da kommt ja dann auch manchmal schon ein schöner Loot raus. Da reicht ein Tintenfischer. Tintenfischer brauchst du ja dann später sowieso für die Farbe, aber wie gesagt, also ich kenne Sky nur mit so einer Standard-Bob-Farm, mit so einem Hammer. Und den Hammer habe ich jetzt. Dadurch, dass wir extra Utilities drin haben, kannst du auch Drop of Evil nehmen. Ja, aber da musst du erstmal Glück haben, den in einer Lootbox zu haben. Musst du nicht in einer Lootbox haben. Den kriegst du sonst nur durch Wurzer-Skelette. Ja, und wir haben durch Ex-Nelo Witchwater drin, was normale Skelette ins Wurzer-Skelette verwandelt. Kannst du mal sehen, ich lerne immer wieder neue Sachen. Aber ganz lustig ist, wenn eine Fledermaus in Witchwater reinfliegt. Wieso, kommt dann Gas? Ja. Schön. Dann bau bitte alles bombensicher. Bei Melden. Explosionssicher ist es doch so, wenn es geclaimt ist. Naja, deins bei dir, aber wie ist das bei uns dann? Ja, wenn er zu mir vorab fliegt, bei mir ist es sicher. Nee, es geht darum, wenn du jetzt sowas hast und da kommt ein Gast. Er wird ja nicht rauskommen. Okay. So. Vor allem, Fledermäuse spawnen auch erst unter einer bestimmten Höhe. Zwischenhöhe, ich wusste es mal, 50 und 5, glaube ich, war das. Das könnte aber auch anders sein, die Koordinaten. Na ja, auf jeden Fall unterhalb unserer Bauhöhe. Mhm. Aber ich wies die genaue Höhe jetzt nicht aus dem Kopf. Das interessiert mich jetzt. Äh, Slash-Schaum. Na, soll ich hinterher Gas und Fledermäuse brauche für den Angel Ring? Muss ich eben nachgucken. Du bist noch drauf, ja. So. Jetzt fängst du extremst an zu lecken. Mmh, 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 mmh. Na, wird die Mop-Film heute noch fertig? Ich hoffe es mal. So. So. Scheiße, ich muss mich noch, obwohl, ne, ist egal, jetzt, ok, da war CO2 weg, ja, Internetproblem hat man ja gehört, äh, mir fehlen wieder Blöcke, aber das ist gut, die Folge ist jetzt eh zu Ende, in der Zeit farbe ich die Bäume ab, offscreen, baue ich da oben zu Ende und da bin ich wieder. Musik Musik Musik